Bilder, wie wir sie alle kennen. Hochbetagter Männer vor Gericht. Angeklagt für Verbrechen, die sie vor mehr als 70 Jahren im Nationalsozialismus begangen haben sollen. Doch warum konnten die Täter jahrzehntelang unbehelligt unter uns leben? Warum ist es der deutschen Justiz nicht früher gelungen, sie zu fassen? War sie dazu nicht in der Lage? Oder, schlimmer noch, hat sie die NS-Verbrecher sogar geschützt? 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Deutschlands Städte liegen in Trümmern. Mit dem Sieg der Alliierten endet die NS-Zeit, in der Deutsche zahllose, unfassbare Verbrechen begangen haben. Nach neuesten Forschungen weiß man, mehr als 500.000 Deutsche haben an Tötungsverbrechen und Massenmorden des NS-Regimes mitgewirkt. Sie waren daran beteiligt, unschuldige und wehrlose Menschen zu vergasen, sie verhungern zu lassen, zu erschlagen oder zu erschießen. Zunächst übernehmen die Alliierten die Ermittlung und Verfolgung von NS-Verbrechern. Im letzten Moment stellen sie wichtige Akten sicher, in denen sich Hinweise auf die Taten und die Täter finden. Wer war wann und wo eingesetzt? Wer hat welche Mordbefehle unterschrieben und wer hat sie ausgeführt? Als erstes stehen in Nürnberg die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Keitel wurde zum Tode verurteilt. Kaltenbrunner wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Auch nach den Nürnberger Prozessen setzen die Alliierten die Verfolgung der NS-Verbrecher fort. Insgesamt stellen sie mehr als 50.000 Täter vor Gericht. Die Alliierten, was weitgehend unbekannt ist, haben ja auch in ihren jeweiligen Zonen Tausende von Verfahren noch durchgeführt. Also jeweils über KZ-Verbrechen und ähnliches. Da sind auch Hunderte von Todesurteilen noch ausgesprochen worden. Nach dieser wahnsinnigen Welle von Urteilen war dann auch Schluss. 1949 wird die Bundesrepublik gegründet. Gleich in seiner ersten Regierungserklärung macht Bundeskanzler Adenauer klar, dass er die Entnazifizierung durch die Alliierten beenden wird. Durch die Entnazifizierung ist viel Unglück und viel Unheil angerichtet worden. Die wirklich Schuldigen sollen mit aller Strenge bestraft werden. Aber im Übrigen dürften wir nicht mehr zwei Klassen von Menschen in Deutschland unterscheiden. Die politisch Einwandfreien und die Nicht-Einwandfreien. Diese Unterscheidung muss baldigst verschwinden. Adenauer selbst ist kein ehemaliger Nationalsozialist. Ihm geht es um die Macht. Deshalb buhlt er um die Gunst der Deutschen. Er kennt geheime Meinungsumfragen der Amerikaner. Sie zeigen, die meisten Deutschen halten den Nationalsozialismus nach wie vor für eine gute Idee, die lediglich schlecht umgesetzt wurde. Den Ton gaben die Nazis an. Die Volksgemeinschaft, die brachte eben Wählerstimmen. Und auf die wollte man nicht verzichten. Konsequent richtet Adenauer seine Politik nach dem Willen der Bevölkerung aus. Und der lautet, Schluss mit der Verfolgung von NS-Tätern. Umgehend bringt seine Regierung ein Gesetz ein, das sogenannte minderschwere Verbrechen aus der Nazizeit amnestiert. Das war eines der ersten Gesetze des Bundestages überhaupt. Sehr schnell auf den Weg gebracht, sehr schnell kurz vor Silvester 1949 noch durch den Bundestag gebracht. Sehr zum Leidwesen und zur Kritik übrigens der Alliierten Hohen Kommission. Und dieses Gesetz hatte vor allem eine Signalwirkung. Es ist jetzt nicht mehr das, worauf es hauptsächlich ankommt, sich mit NS-Verbrechen auseinanderzusetzen. Nach dem Willen Adenauers sollen die Akten über tausende NS-Täter unter Verschluss bleiben. Dabei spielt es ihm in die Karten, dass die Amerikaner den Zugang zu diesen Akten strikt kontrollieren. Eine der Akten ist jene des SS-Obersturmbannführers Friedrich Engel. Sein Fall zeigt beispielhaft, wie NS-Verbrecher in der Bundesrepublik einer Strafverfolgung durch die Justiz entgehen. Friedrich Engel wurde 1944 nach Italien versetzt, als dort ein heftiger Partisanenkrieg gegen die deutschen Besatzer tobte und zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Genua ernannt. Nach einem Anschlag italienischer Partisanen, bei dem fünf deutsche Soldaten sterben, lässt Engel in den Wäldern nördlich von Genua 59 italienische Gefangene aus Vergeltung erschießen. Die brutale Hinrichtung am Turquino-Pass und weitere Massaker, die Engel befiehlt, bringen ihm den zweifelhaften Beinamen Schlechter von Genua ein. Engel hatte die Spezialität, die Leute einzeln nacheinander vermorgen, sodass sie später dran kommen, den erstmal mit ansehen mussten, wie ihre Kameraden erschossen wurden. Als die US-Armee 1945 Italien befreit, nimmt sie zahlreiche SS-Offiziere gefangen, die sich auf der Flucht befinden. Unter ihnen auch Friedrich Engel. Die Amerikaner bringen Engel nach Oberursel, wo er in einem Internierungslager verhört wird. Engel leugnet, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein, doch die Amerikaner wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. 1947 gelingt Friedrich Engel die Flucht. Wie genau er geflohen ist, können wir nicht rekonstruieren, aber es steht zu vermuten, da ja ein ranghoher SS-Bizier war, dass es da ein Netzwerk gab, wie in anderen Lagern auch, dass man versucht hat, bestimmte Leute in Sicherheit zu bringen. Er hatte jedenfalls einen gefälschten Entlassungsschein auf den Namen Schottenberg und hat sich dann erstmal aus der alliierten, westalliierten Zone in den Osten abgesetzt. Da wurde er nicht gesucht und da hat er als Landarbeiter gearbeitet. Bald schon kehrt Friedrich Schottenberg, alias Engel, zurück in den Westen. Im Harz in Braunlage findet er eine Anstellung als Bademeister. Dort knüpft er Kontakte zu alten Bekannten aus gemeinsamen SS-Zeiten. Die vermitteln ihn an eine Holzimportfirma nach Hamburg. Dort startet Friedrich Engel, eine typisch deutsche Nachkriegskarriere. Der Beginn der 50er Jahre. Das Leben in der frisch gegründeten Bundesrepublik normalisiert sich. In der Hauptstadt Bonn benötigt man Personal für die zahlreichen neuen Ministerien. Dies stellt die Regierung vor ein Problem. Sie will auf jene erfahrenen Beamten zurückgreifen, die 1945 wegen ihrer Kollaboration mit den Nazis von den Alliierten aus ihren Ämtern entfernt wurden. Wie aber kann man die Rückkehr teilweise hochbelasteter Beamter in den öffentlichen Dienst arrangieren, ohne dass die Alliierten daran Anstoß nehmen? Wie kann man sogar ehemalige Gestapo-Beamte wieder einstellen? Die Lösung liefert das sogenannte 131er-Gesetz. Da geht es nämlich darum, dass gesagt wird, Gestapo-Beamte sind davon zunächst ausgeschlossen. Es sei denn, sie sind von Amts wegen zur Gestapo beordert worden. Der Trick dahinter, fast jeder Gestapo-Beamte wurde von Amts wegen zur Gestapo versetzt. Was klingt wie eine Ausnahme, war in Wirklichkeit der Normalfall. Allein durch diese Regelung strömen mehr als 50.000 NS-Beamte zurück in den Staatsdienst der jungen Bundesrepublik. Man muss einfach sehen, dass dieses 131er-Gesetz wie einige dieser vergangenheitspolitischen Gesetze von einer relativ kleinen Gruppe von Spezialisten vorbereitet werden und dann mehr oder weniger dem Bundestag als eine plausible Sache verkauft werden, ohne dass da jeder Einzelne so richtig durchblickt. Das 131er-Gesetz ermöglicht auch die Übernahme ehemaliger NS-Juristen in das Bundesjustizministerium. Es sind alte Seilschaften, die hierbei helfen. Man kannte sich beispielsweise über die Mitarbeit im Reichsjustizministerium. Also da kann man eine gewisse Gruppe an Personen ausmachen, die dann später im Bundesjustizministerium auch wieder auftauchen. Man kannte sich in der Zunft und man hat sich geholfen. Rasch entwickelt sich das Justizministerium zu einer Hochburg ehemaliger Nazis. Die NS-Juristen tun alles, um ihre Karrieren fortzusetzen. Wenn Vorwürfe laut werden, einzelne Mitarbeiter hätten im Dritten Reich an verbrecherischen Gesetzen mitgewirkt, ordnet das Ministerium pflichtgemäß Überprüfungen an. Dabei aber macht man den Bock zum Gärtner. Dort wurden dann in der Regel halt auch ehemalige Parteigenossen mit der Begutachtung dieses Verhaltens aufgefordert, sodass das Ergebnis von vorher eigentlich klar war, dass das Verhalten zwischen 1933 und 1945 aus rechtlicher Sicht nicht zu veranstanden war. Das ist das gängige Ergebnis. Und bislang haben wir keinen einzigen Fall gefunden, in dem tatsächlich irgendwelche Maßnahmen ergriffen wurden gegen Mitarbeiter des Bundesjustizministeriums. Während in der Bundesrepublik Juristen von zweifelhafter Vergangenheit in Amt und Würden bleiben, geht die DDR einen anderen Weg. Auf Druck der Sowjetunion muss der Arbeiter- und Bauernstaat demonstrieren, dass er mit der faschistischen Vergangenheit aufräumt. Aus diesem Grund werden sämtliche Juristen, die im NS-Regime tätig waren, aus ihren Ämtern entfernt. Es bestand ein großer Bedarf an neuen Juristen, weil in der SBZ ungleich schärf und radikaler die Justiz endazifiziert wurde als in den Westzonen. Und um diese Lücke zu füllen, begann man 1949 mit der Ausbildung von Volksgerichtern. In der Ostzone werden werktätige Menschen bei entsprechender Neigung und Fähigkeit zu Staatsanwälten und Richtern ausgebildet. Der Volksrichter wird den Typ des alten reaktionären Justizbeamten ablösen. Bergleute, Sekretärinnen und Postboten werden im Eiltempo zu Juristen umgeschult. Bald erhalten sie ihre erste Aufgabe. Sie sollen mutmaßliche NS-Verbrecher aburteilen, die immer noch in den ehemals sowjetischen Straflagern inhaftiert sind. In der Regel dauerte das Gerichtsverfahren 20 bis 30 Minuten. Es gab für ca. 3400 Angeklagte einen einzigen Verteidiger. Und der Verteidiger war nichts anderes als ein Volksrichter, den man als Verteidiger kostümiert hatte, weil es zum Bühnenbild eines Prozesses gehört. Zum Bühnenbild gehört es auch, dass im Rathaus von Waldheim zehn Verfahren als mustergültige Schauprozesse geführt werden. Der Anschein eines ordentlichen Gerichtsverfahrens soll gewahrt werden. Doch in Wirklichkeit werden die Urteile aus dem Politbüro vorgegeben. Es stand fest, dass sie von vornherein verurteilt werden. Im konkreten Fall wurde dann am Abend vor der Gerichtsverhandlung durch eine Kommission nochmal festgelegt, welche Urteile zu fällen sind. Das vor allen Dingen, nachdem zuvor einige Richter zu milde Strafen ausgesprochen hatten. Nach Ende der Waldheimer Prozesse schließt die DDR Frieden mit den Tätern. Ehemalige Nationalsozialisten werden, wie im Westen auch, für den Wiederaufbau gebraucht. Zu dieser Zeit lebt der ehemalige SS-Obersturmbahnführer Friedrich Engel nach wie vor in Hamburg, mit bürgerlicher Fassade. Immer noch trägt er seinen Tarnnamen und lebt ständig in der Gefahr, entdeckt zu werden. Damit ergeht es Engel wie tausenden anderen NS-Verbrechern auch, die unerkannt in Deutschland leben. Doch sie werden weder gesucht noch verfolgt, sondern im Jahr 1954 durch ein eigenes Gesetz amnestiert. Dieses Gesetz bot ja die Möglichkeit, sich zu offenbaren und das hat er dann auch gemacht. Also für ihn ging es nach diesem Gesetz mehr oder weniger nur, um wieder in die Gesellschaft zurückzukehren, in die Legalität. Weil er ja nun schon eine gewisse Karriere hinter sich hatte. Ohne dass dies eine Strafverfolgung nach sich zieht, bietet das Gesetz untergetauchten NS-Verbrechern die Möglichkeit, wieder ihren richtigen Namen anzunehmen. Noch erstaunlicher ist, dass niemand nachfragt, warum sie in der Illegalität gelebt haben. Die Konsequenz ist dann tatsächlich, dass gegen Mitte des Jahrzehnts, gegen Mitte der 50er Jahre, die strafrechtliche Ahndung von NS-Verbrechen praktisch zum Erliegen kommt. Doch es gab nicht nur Täter, sondern Millionen Opfer der NS-Verbrechen. Wenige von ihnen hatten überlebt. Sie müssen mit ansehen, dass die Zahl der Verfahren gegen NS-Verbrecher rapide sinkt. Und dass viele Täter nicht im Gefängnis landen, sondern mitten in der Gesellschaft leben. 1958. Die Zeit für NS-Prozesse scheint in Deutschland vorbei zu sein. Da kommt es in Ulm, völlig überraschend, zu einem Verfahren gegen zehn ehemalige hohe SS-Führer. Der Grund? Einer der Täter hat auf Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst geklagt. Bei Nachforschungen stellt sich heraus, dass er Mitglied einer Einsatzgruppe war, die für Massenerschießungen in Litauen verantwortlich ist. Zunächst einmal war das ein hiesiges Medienereignis, der Ulmer Einsatzgruppenprozess. Alle Tageszeitungen berichteten, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat allein 30 Artikel zu diesem Prozess gehabt, wo auch die Aussagen der Zeugen teilweise sehr detailliert wiedergegeben worden sind. Und zwar bis ins kleinste Detail und auch grausames Detail. Die Zeugen wiederholen ihre Schilderungen auch vor den Kameras des Fernsehens. So gelangen die furchtbaren Einzelheiten bis in deutsche Wohnzimmer. Ich sah zu, wie ein Kind nur verwundet wurde und blutend zu seiner Mutter lief. Die Mutter, im Hemd bekleidet, versuchte, einen Streifen von dem Hemd abzureißen und das Kind zu verbinden. Dann kamen Schüsse von hinten und beide stürzten in den Graben. Es war natürlich das erste Mal, dass man von den Verbrechen im Osten erfuhr. Nach diesem Prozess waren viele Leute wie vor den Kopf gestoßen. Den Angeklagten wird nachgewiesen, dass sie mehr als 5000 Zivilisten erschossen haben. Dennoch werden sie nicht wegen Mordes verurteilt. Die Angeklagten hätten nur als Werkzeuge des Führers gehandelt, erklärt das Gericht. Sie seien keine Täter, sondern nur Handlanger. Seit diesem Urteil beginnt jedes Urteil gegen Nazitäter mit einem Abschnitt vorne Haupttäter. Dieser Tat waren Hitler, Himmler und die ernähre Umgebung. Aber Haupttäter hat man gesagt, weil alle anderen dann gehilfen waren. So viel sie auch gemacht hatten, auch Amtsleiter im Reichssicherheitshauptamt der Mörderzentrale wurden nur als Gehilfen bezeichnet. Dieses Urteil stellt Weichen für den künftigen Umgang mit NS-Verbrechen in der Bundesrepublik. Auf einen Schlag werden aus tausenden von Tätern bloße Gehilfen, die nur Befehle befolgt hätten. Im Ausland werden dieses Urteil und seine Folgen äußerst kritisch kommentiert. Die bundesdeutsche Politik muss reagieren. Sie gründet eine neue Behörde, die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Sie soll systematisch gegen NS-Verbrecher ermitteln. Friedrich Engel macht zur gleichen Zeit Karriere. Im Auftrag seiner Holzimportfirma reist er quer durch alle Welt. Was er nicht weiß, in Italien sind nach dem Krieg Beweise gesammelt worden, die seine Taten belegen. Das waren Militärstaatsanwälte, die haben umfangreich Zeugen vernommen, die haben Exhumierung durchgeführt und haben auch sehr genau herausarbeiten können, welche Truppen daran beteiligt waren. Also war auch klar, wenn Erschießungen durchgeführt wurden, unter wessen Kommandogewalt die erfolgten. Das lag ja alles vor. Aber dann verschwand es. Was war geschehen? 1956 trifft sich der italienische Außenminister Gaetano Martino zu vertraulichen Gesprächen mit Bundeskanzler Konrad Adenauer. Es geht um einen bundesdeutschen Wehrbeitrag zur NATO. Adenauer hat gefordert, er tritt nur der NATO bei, wenn im Ausland keine Verfahren gegen deutsche Soldaten mehr angestrengt werden. Und das waren Kuhhandel. Der Kuhhandel ist brisant. Akten über hunderte deutsche Kriegsverbrechen in Italien werden aus dem Verkehr gezogen und in einem Schrank weggesperrt. Unter den Akten ist auch die von Friedrich Engel. Damit sind viele Ermittlungen im Ausland auf Eis gelegt. Doch bald schon nimmt das Ansehen der Bundesrepublik erneut Schaden. In Köln wird die Synagoge mit Hakenkreuzen beschmiert. Es ist der Beginn einer antisemitischen Schmierwelle in ganz Deutschland. Die Weltöffentlichkeit fragt beunruhigt. Ist die Bundesrepublik immer noch Naziland? In London kam es zu neuen Protesten gegen die antisemitischen Ausschreitungen in der Bundesrepublik. An die 50.000 Menschen zogen schweigend an der Botschaft der Bundesrepublik vorbei. Die Bundesregierung muss dem Ausland dringend eine Erklärung der Vorfälle anbieten. Schnell findet man einen Schuldigen. Zunächst wurden Agenten der DDR vermutet. Dass also Agenten aus der DDR rübergekommen sind in den Westen und zur Diskreditierung und Diffamierung der Bundesrepublik überall Hakenkreuze an Synagogen und Grabsteine schmieren. Die Antwort aus dem Osten zielt auf einen wunden Punkt. Berlin. Auf einer internationalen Pressekonferenz des Ausschusses für Deutsche Einheit wies Professor Albert Norden nach, dass 600 Nazi-Juristen im Dienst der Adenauers stehen. Die DDR legt Dokumente vor, die die Nazi-Vergangenheit zahlreicher Juristen des Westens eindeutig belegen. Man gibt ein sogenanntes Braunbuch heraus, das die NS-belasteten Richter des Westens brandmarkt und eine unmissverständliche Sprache spricht. Hitlers Justiz ist jetzt auch Adenauers Justiz. Und mit diesen drastischen Parolen wurde agitiert. Es wurden die Vergangenheiten dokumentiert dieser Leute. Dahin zu kam auch noch, dass man die Personalakten der Reichsjustiz in Ostberlin hatte. Und mit diesen Kampagnen hat sich die DDR sehr wirkungsvoll als der antifaschistische Arbeiter- und Bauernstaat gegenüber dieser Adenauer-Republik abgesetzt. Die DDR geht noch einen Schritt weiter. Sie bietet bundesdeutschen Behörden an, Akten über Todesurteile des NS-Regimes offen zu legen, um belastete Richter zu enttarnen. Die DDR hat ab Ende der 1950er Jahre Staatsanwälte zu Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet geschickt, mit Akten im Gepäck, die den Staatsanwaltschaften angeboten hat. Wir haben hier Akten, die bestimmte Personen bei euch belasten. Wollt ihr die haben? Nein, danke, wollen wir nicht. Haut ab. Trotzdem finden einige Akten den Weg über die Grenze und werden Teil einer Ausstellung, die westdeutsche Studenten 1959 organisieren. Unter dem Titel »Ungesünte Nazi-Justiz« enthüllt sie die Namen von NS-Richtern, die nach dem Krieg in der Bundesrepublik unbehelligt Karriere machen können. Die Übernahme schwer belasteter Personen aus dem Dritten Reich bedeutet tatsächlich doch eine nachträgliche Legalisierung und Guteißung dessen, was sie getan haben. Und die vorgelegten Dokumente sind offenbar echt. Die Höherin Wein kriegte diese Ausstellung dadurch, dass der Generalbundesanwalt und prominente CDU-Rechtspolitiker Max Güde sich das angeguckt hat in Karlsruhe und gesagt hat, das Material ist echt. Kurz darauf erstatten die Ausstellungsmacher Strafanzeige gegen 43 amtierende NS-Richter. Das war eine riesige Prozesslawine, die dadurch losgetreten worden ist, die zwar nicht zu tatsächlichen Gerichtsprozessen führte, aber es wurde wie gesagt ermittelt. Alle Fälle wurden eingestellt, aber die Rechtsausschüsse vom Bundestag und die Rechtsausschüsse der Landtage konnten sich so ein eindeutiges Bild machen, was für Richter tatsächlich für sie tätig waren. Die Justizpolitik versucht dann, die allerschlimmsten dieser Belasteten im sogenannten Richtergesetz von 1961 loszuwerden, in einem Spezialparagrafen, der die gewissermaßen einlädt, doch in die Frühpension zu gehen. 149 Richter machen von der vorzeitigen Ruhestandsregelung Gebrauch. Die Bundesregierung ist zufrieden, das Vertrauen in die Bonner Justiz wiederhergestellt. Doch dann eine weitere schwere Panne. 1962 wird Wolfgang Frenkel neuer Generalbundesanwalt. Auf Nachfrage aus dem Justizministerium gibt Frenkel an, nicht an Todesurteilen des NS-Regimes mitgewirkt zu haben. Die DDR entlarvt seine Behauptung als Lüge. Der höchste Ankläger des Bonner Staates ist des Massenmordes überführt. Wolfgang Immerwahr Frenkel. Er schickte als stellvertretender Reichsanwalt immer wieder unschuldige Menschen aufs Schafott. Die Handschrift des Mörders ist zum Tode zu verurteilen. Wegen Diebstahl eines Brotes zum Tode verurteilt. Frenkel hat in 44 Fällen, wo auf Haftstrafen erkannt worden war, Einspruch erhoben und darauf hingewirkt, dass die Haftstrafen in Todesstrafen umgewandelt worden sind. Daraufhin musste der Generalbundesanwalt zurücktreten. Das Thema war beileibe noch nicht beendet. Eine Justiz also, die selbst belastet ist und deshalb kein Interesse an der Verfolgung von NS-Tätern hat? 1963. In Frankfurt beginnt der sogenannte Auschwitz-Prozess. 22 Mitglieder der Lagermannschaft des KZ werden angeklagt. Der Mann, der den Prozess mit aller Macht durchgesetzt hat, ist Hessens Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Fritz Bauer war eine völlige Ausnahmeerscheinung, der in Deutschland viel angefeindet wurde, auch innerhalb der Justiz. Von ihm ist ja dieser berühmte Satz überliefert, in seinem Dienstzimmer, wenn ich diese Tür verlasse, betrete ich Feindesgebiet. Bauer, einst selbst vor den Nazis geflohen, verfolgt im Auschwitz-Prozess eine radikal neue Anklagestrategie. Er will erreichen, dass jeder, der in den Konzentrationslagern Dienst tat, für die Beteiligung am Massenmord verurteilt wird. Fritz Bauer wollte den Holocaust als Verbrechen bezeichnen. Und jeder, der mitgemacht hat dabei, ist Tätergehilfe oder was auch immer, aber jedenfalls hat zu diesem Gesamtmord seinen Beitrag geleistet. Doch Fritz Bauer scheitert. Das Gericht beharrt darauf, die Angeklagten nur dann zu verurteilen, wenn ihnen einzelne Mordtaten nachgewiesen werden können. Die Taten mussten ganz konkret, wie wenn sie fotografiert worden wären, mussten sie belegt werden. Und wenn das nicht möglich war, dann konnte ihm eben nichts nachgewiesen werden. Die Verteidiger haben natürlich alles getan, um das in Frage zu stellen. Und wenn dann ein Verteidiger anfing, Angaben von Zeugen zu bezweifeln, dann war das grenzwertig in meinen Augen. Die Zeugen, meist selbst Opfer, werden inquisitorisch nach ihren Erinnerungen befragt. Vielen ist es unerträglich, dass sie sich für Verbrechen, die man ihnen angetan hat, nun im Land der Täter rechtfertigen müssen. Es gab ja Zeugenaussagen mit den allerschlimmsten Verbrechen. Und da sitzt jemand hier im Zeugenstuhl und da drüben, also hier wo wir jetzt sind, sind die Angeklagten. Und er macht eine Aussage, dass einer der Angeklagten ein kleines Kind an den Beinen genommen hat und an die Wand geklatscht hat. Ich stelle mir das ganz grausam vor. Das Gericht verlangt, dass die Zeugen, also die Opfer, die Beweise für die begangenen Verbrechen liefern. Am Ende werden 18 der 22 Angeklagten wegen mindestens einer konkreten Mordtat verurteilt. Für die weitere Verfolgung von NS-Verbrechen ist der Prozess fatal. Die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg stellt zahlreiche Ermittlungen ein. Da war dann die Haltung von Ludwigsburg da, solange wir keine konkrete Einzeltat haben, also solange wir nicht ein Geschehen haben, dass dieser Wachmann einem Juden mit der Spitzhacke den Kopf zerschlagen hat, sondern in Anführungszeichen nur wissen, er hat als Wachmann mitgewirkt, in einem halben Jahr 50.000 Juden umzubringen. So lange machen wir kein Strafverfahren, uns fehlt die konkrete Einzelteil. Auf die Opfer des Holocaust muss es gespenstisch wirken, mitzuerleben, wie durch die Rechtsprechung der deutschen Justiz immer weniger NS-Verbrecher verurteilt werden. Lückenlose Beweise, wie sie die Justiz verlangt, sind Jahre nach den Verbrechen oft nicht mehr zu erbringen. Das schützt die Täter. In dieser Zeit lebt Friedrich Engel vollkommen unbehelligt in Hamburg. Niemand ahnt, dass es sich bei ihm um einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher handelt. Im Gegenteil. Seine Tätigkeit als Importeur von Edelhölzern macht ihn zum Mitglied der besseren Gesellschaft. Er war ja ein kluger Mann und hat wohl auch Karriere gemacht in dieser Firma. Er galt so als rechte Hand des Inhabers oder sogar als graue Eminenz. Also er war ein anerkanter Mann. Doch ausgerechnet dieser anerkannte Mann erhält jetzt eine Vorladung der Staatsanwaltschaft. Wird Friedrich Engel doch noch von seiner Vergangenheit eingeholt? In Jerusalem ist 1961 Adolf Eichmann, der Organisator der Judenvernichtung, in einem spektakulären Prozess zum Tod verurteilt worden. Im Verlauf des Verfahrens wurde klar, dass viele Personen an der sogenannten Endlösung der Judenfrage beteiligt waren. Etliche als sogenannte Schreibtischtäter im Reichssicherheitshauptamt. Der Druck aus dem Ausland zwingt die Bundesrepublik, gegen sie zu ermitteln. Auch Friedrich Engel gerät ins Visier der Fahnder. Die Frage, inwieweit er an der Deportation von Juden beteiligt war, ich glaube, da reichte die Antwort, nein. Waren sie daran beteiligt? Nein. Und dann ging man zur Tagesordnung über. Friedrich Engel hat Glück. Die Staatsanwälte, die am Kriminalgericht Moabit den Prozess gegen das Reichssicherheitshauptamt vorbereiten, beschränken ihre Suche auf die Verantwortlichen für den Holocaust, nicht für Erschießungen von italienischen Zivilisten. Immerhin, gegen 300 Schreibtischtäter wird tatsächlich ein Verfahren eingeleitet. Es wäre ein Prozess geworden, der an Größe und Umfang den Auschwitz-Prozess weit in den Schatten gestellt hätte. Das Material war alles beisammen, das war anklagereif und hätte natürlich die Öffentlichkeit ganz anders noch aufgewühlt als der Auschwitz-Prozess, weil ich die ganzen Strukturen des Dritten Reichs auch offengelegt hätte. Im Bundesjustizministerium ist man alarmiert. Zu einem Prozess gegen Schreibtischtäter soll es auf keinen Fall kommen. Schließlich sitzen Schreibtischtäter auch im Justizministerium. Gerade noch rechtzeitig wird ein harmlos klingendes Gesetz durch den Bundestag gepeitscht, bei dem es schwer fällt, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Fehlen besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände, welche die Strafbarkeit des Täters begründen beim Teilnehmer, so ist dessen Strafe nach den Vorschriften über die Bestrafung des Versuchs zu mildern. Hinter diesem komplizierten Text verbirgt sich ein Trick. NS-Verbrecher können so nicht mehr wegen Beihilfe zum Mord, sondern nur noch wegen Beihilfe zum Totschlag angeklagt werden. Die aber ist für NS-Taten bereits verjährt. So führt dieses harmlos klingende Gesetz zur Straffreiheit für Tausende von NS-Verbrechern. Der Mann, der dieses Gesetz ersonnen hat, ist Eduard Dreher, Ex-Staatsanwalt im NS-Staat. Die juristischen Folgen seines Gesetzes seien ihm nicht bewusst gewesen, behauptet er später. Es ist schlicht und ergreifend, ich sag's mal noch vorsichtig, sehr schwer vorstellbar, dass jemand mit dieser Ausgewiesenheit im Strafrecht wie Eduard Dreher diese Konsequenz nicht gesehen hat. Das Problem ist nicht, dass dieses Gesetz vorgelegt worden ist und dass vielleicht derjenige das formuliert hat, eine fragwürdige Vergangenheit hat. Das Problem ist, dass diejenigen, die da drauf geguckt haben und deren Aufgabe es gewesen wäre, das zu entdecken und sich zu informieren und das zu erkennen und zu verhindern, dass die nicht agiert haben, das ist das Problem. Noch schlimmer, das Gesetz wird vom Bundesgerichtshof bestätigt. Die Mordgehilfen des Dritten Reiches können aufatmen. Einmal verjährt ist immer verjährt. Und damit ist dieser Riesenkomplex dieses Rechtssicherheitshauptamtprozesses geplatzt. Und keiner von denen konnte zur Rechenschaft gezogen werden. In den 70er Jahren sinkt die Zahl der Verfahren wegen NS-Verbrechen in Deutschland weiter. Viele Deutsche sind erleichtert. Das Vergangenheitsproblem scheint gelöst. Da stören die USA den Frieden. Sie bieten an, jene Akten zurückzugeben, die sie bei Kriegsende über das NS-Regime gesammelt haben. Die Bundesregierung lehnt jedoch ab. Die Deutschen wussten, solange diese Akten in der Hand der Amerikaner sind, kommt niemand ran und holt den braunen Schmutz raus. Sobald wir sie in Deutschland haben, wird der Druck durch die Öffentlichkeit, die Medien, die Opposition so groß, ist, dass wir das Archiv öffnen müssen. Dass Deutschland die Akten nicht haben will, weckt Misstrauen im Ausland. Die BBC befragt den amerikanischen Direktor des Berlin Document Center, in dem die NS-Akten liegen. Viele ehemalige Mitglieder der SS und der NSDAP sind noch am Leben. Auch wenn ich nicht genau weiß, wer. Ja, aber mit Sicherheit könnte man ihren Namen mit den damaligen Taten in Verbindung bringen. Das aber wäre dann wohl peinlich für sie und die deutsche Regierung. Und sie sind immer noch am Leben? Offensichtlich. Es geht um 13 Millionen Menschen. Seit 1945 sind die ja nicht alle gestorben. Also sind Sie der Hüter des Glücks dieser Menschen, nicht klar? Oder Ihres Unglücks. Um eine Enttarnung ehemaliger Nazis vor allem unter westdeutschen Spitzenpolitikern zu verhindern, beginnt die Bundesregierung ein doppeltes Spiel. Ich habe in Washington Akten gefunden und dort heißt es ganz klar, wir werden öffentlich von euch fordern, die Bundesregierung, dass die Akten sofort zurückgegeben werden. Wir erwarten allerdings unter der Hand von euch, dass ihr das ablehnt. Und mit diesem Bescheid können wir uns rausreden. Das heißt, die Bundesregierung hat das deutsche Parlament belogen. Washington spielt das doppelte Spiel mit. So erfährt die deutsche Öffentlichkeit jahrelang nicht, wie viele führende Politiker ehemals Mitglieder der NSDAP waren. Vom Kabinett Konrad Adenauer bis zum Kabinett Helmut Kohls saßen in jeder deutschen Bundesregierung ehemalige NSDAP-Mitglieder am Kabinettstisch. Insgesamt sind es 26 Bundesminister und zwei Bundespräsidenten, die Mitglied der NSDAP waren. Unter ihnen Hans-Dietrich Genscher, Friedrich Zimmermann, Karl Karstens, Horst Ehmke, Richard Stücklen und Walter Scheel. Aus Angst vor einem politischen Gesichtsverlust blockiert die Bundesregierung den Zugang zu den Akten, die ehemalige Parteimitglieder der Nazis enttarnt hätten. Für die vielen Opfer der Naziverbrechen ist das ein Schlag ins Gesicht. 1989. Die Mauer fällt. Der Kalte Krieg geht zu Ende. Überall auf der Welt öffnen sich plötzlich die Archive. Dabei stößt ein Justizbeamter in Rom auf die weggeschlossenen Akten über deutsche Kriegsverbrechen in Italien, darunter auch jene über das Massaker am Turkinopass. Zum ersten Mal wird nun Friedrich Engel der Prozess gemacht. Zuchthaus für Sigrid Engel, den ehemaligen SS-Kommandanten von Genua, hat ein Militärgericht in Turin entschieden. Zuchthaus für die Massaker am Turkinopass und weitere Verbrechen, die 147 Personen das Leben gekostet haben. Engel, heute 90 Jahre, lebt in Hamburg und wird nicht in Italien erscheinen. In Abwesenheit verurteilt die italienische Justiz Friedrich Engel zu lebenslanger Haft. In Deutschland nimmt man von dem Prozess kaum Notiz. Erst als sich Ende 2000 zwei ARD-Journalisten für Engel interessieren, kommt Bewegung in den Fall. Den Aufenthaltsort ausfindig zu machen, war eigentlich gar nicht so schwer. Man nimmt ein deutsches Telefonbuch oder zu dem Zeitpunkt waren es schon Telefon-CDs und guckt einfach mal nach, wie viel Friedrich, Wilhelm, Georg, Siegfried, Engel gibt es in Hamburg. Und dann kam man auf zwei oder drei Adressen und danach haben wir einfach bloß noch eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt gestartet. Das war eigentlich der kürzeste Weg. René Althammer fährt zu der Adresse, unter der Engel gemeldet ist und entdeckt dort einen alten Mann an seiner Garage. Aus dem Auto heraus macht er verdeckte Filmaufnahmen. Ich dachte, der muss dich doch sehen. Der guckte genau rein ins Auto, weil ich stand direkt vor der Einfahrt und filmte aus dem Seitenfenster raus, sah ihm genau ins Gesicht und dachte, der sieht genau so aus wie auf den Fotos, die du hattest. Er hatte ein sehr markantes Gesicht, man konnte ihn gut erkennen. Und dieses markante Gesicht, 60 Jahre älter, lief da eben aufrecht mit der Schubkarre durch den Garten. Nicht mehr ganz so flink, aber immer noch gut beieinander. Dann steigt Althammer aus. Herr Dr. Engel? Ja, nee, halten Sie mal weg. Wir sind vom Ersten Deutschen Fernsehen. Ich würde mit Ihnen gerne über Genua reden. Was würden Sie? Mit Ihnen gerne über Genua reden. Nee. Sie sind doch in Italien wegen Genua verurteilt worden. Das stimmt nicht. Nein, nein. Das stimmt nicht. Aber Sie sind doch... Wie kommen Sie denn darauf? Also er war offensichtlich darauf vorbereitet. Er wusste, was er in diesem Moment zu sagen hatte und wie er sich verhalten würde. Also jetzt lassen Sie mich jetzt zurück. Althammer informiert die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Dort jedoch hat man die Akten zum Fall Engel längst geschlossen. Begründung, die Ermittlungsmöglichkeiten sind erschöpft. Das reicht Althammer nicht. Und Engel konnte aber nicht mal ermittelt werden? Engel konnte nicht einmal ermittelt werden, laut Auskunft der Hamburger Behörden. Aber Engel stand im Telefonbuch ganz normal. Es ist nicht unsere Art und Weise, Telefonbücher zu lesen, wenn wir nach Verdächtigen suchen. Die Frechheit nach dem Motto, weil wir so und so arbeiten, deshalb haben wir uns gar nichts vorzuwerfen. Das war so sehr kennzeichnend. Also wie wenig Interesse an diesen Fällen herrschte. Finden wir nicht auf Anhieb, lassen wir mal sein, ist erledigt. Wen interessiert's? So also arbeitet die oberste Ermittlungsbehörde für NS-Verbrechen in Deutschland. Als ein Fernsehbericht über Engel in Italien ausgestrahlt wird, entwickelt sich der Fall zum Politikum. Zu der Zeit, zu Ostern 2001, machte Bundeskanzler Schröder damals in Italien privat Urlaub, ich glaube in Venedig. Und der, ich meine das war der italienische Justizminister, nahm das zum Anlass, diesen Bericht auf die Pauke zu hauen. Stellte ganz offen die Forderung, den Engel in Hamburg sofort zu verhaften. Also das war wie ein Erdbeben, würde ich mal sagen. Jetzt wird unter Hochdruck ermittelt. Man erwartet eine schnelle Anklage gegen Friedrich Engel. Zumindest diesen einen von vielen tausend Tätern. Am 7. Mai 2002, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Tat, wird der Prozess gegen Friedrich Engel eröffnet. Das Gericht stellt fest, dass die Massenerschießungen tatsächlich vom damaligen Kriegsrecht abgedeckt waren, nicht aber die Art und Weise, wie Engel sie durchführen ließ. Was die Tat grausam machte, war dieses in die Grube Schießen, wie es hier ja auch gewesen ist, die den einen auf den anderen, der nun gerade da sein Leben lassen musste, hinaufschießen. Das ist natürlich Menschen verärten brutal. Aufgrund besonderer Grausamkeit der Tat verurteilt das Gericht Friedrich Engel wegen Mordes zu sieben Jahren Haft. Doch im Revisionsverfahren kassiert der Bundesgerichtshof das Urteil. Begründung, Engel hätte die Erschießung nicht anders organisieren können. Die Tat sei grausam, aber nicht absichtlich grausam gewesen. Die Hürde, dass es nach dieser Rechtsprechung zu Verurteilungen kommen kann, die ist schon sehr, sehr hoch. Da muss sich schon jemand hinstellen letztendlich und sagen, ja, wir haben damals 30 Frauen und Kinder erschossen. Wir hätten es auch anders machen können, aber wir hatten keine Lust dazu. Und wir fanden es auch noch gut, weil es waren ja Polen, Slowaken, Italiener oder sonst irgendwo. Also diese Einlassung muss dann mal ein Täter erstmal bringen. Dann kann man ihn bestimmt sicher verurteilen. Zwei Jahre später stirbt Friedrich Engel als freier Mann. Alle Welt geht davon aus, dass der Prozess gegen den Schlechter von Genua der letzte NS-Prozess in Deutschland gewesen ist. Doch 2009 liefern die USA den ehemaligen ukrainischen KZ-Wärter John Demjanyuk an Deutschland aus. Er wird beschuldigt, an der Massenvernichtung von Juden mitgewirkt zu haben. Die amerikanischen Behörden sind herangetreten an die Vertreter der Zentralstelle in Ludwigsburg und gesagt haben, guck mal, wir haben hier Leute, wir haben das ausermittelt, wir haben Dokumente. Wollt ihr denn wirklich jemanden, der in einem Vernichtungslager tätig war, wollt ihr den nicht mehr vor Gericht stellen? Wie fast immer sind es Ermittlungen aus dem Ausland, die die deutsche Justiz in Bewegung versetzen. Und inzwischen ist eine neue Generation von Juristen am Ruder. Demjanyuk wird tatsächlich wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 28.000 Menschen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Eine juristische Sensation. Demjanyuk ist eine grundlegende Kurscharaktur in der deutschen Justiz, in der deutschen Rechtsprechung. Sie knüpft, so könnte man zugespitzt sagen, an die Ideen von Fritz Bauer im Frankfurter Auschwitz-Prozess an. Es geht nicht mehr um den individuellen Tatnachweis, sondern die Beteiligung an diesem Mordgeschehen insgesamt. Warum aber haben deutsche Juristen nicht früher schon ohne individuellen Tatnachweis KZ-Werter zur Rechenschaft gezogen? Ich nenne das immer der Mythos des Auschwitz-Urteils. Also der Mythos, dass die Rechtsprechung immer nur auf die konkrete Einzeltat geguckt habe, so wie man es tatsächlich in den Frankfurter Auschwitz-Verfahren gemacht hat. Der hat sich wie auch immer durchgesetzt und fortgewirkt. Er ist jedenfalls zu einer Argumentationsfigur dann in der Zentralstelle für Ludwigsburg geworden. Und hat dort zu einem adiuristischen Blindflug, nenne ich das, geführt, der den Blick dafür verschlossen hat, dass man natürlich auch gegen alle die Wachmänner in den Lagern hätte ermitteln müssen. Nach dem Fall Demjanjuk bleibt der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen keine Wahl. Sie muss neue Ermittlungsverfahren gegen ehemalige KZ-Werter einleiten. Doch bis heute muss sich niemand von ihnen vor einem deutschen Gericht verantworten, wie John Demjanjuk. Ich befürchte fast, dass er der Einzige bleibt, der Allereinzige. Und dann würde sich doch erfüllen, was Demjanjoks Sohn nach dem Urteil gesagt hat. Die Nazis wollen ihre Verbrechen dann auf kleine ukrainische Hilfswillige abschieben. So bleibt eine beschämende Bilanz. Seit die bundesdeutsche Justiz die Strafverfolgung der NS-Verbrechen von den Alliierten übernahm, wurden von den mehr als 500.000 Deutschen, die an den Tötungsverbrechen des NS-Regimes beteiligt waren, nicht einmal 900 für ihre Taten verurteilt. Dies ist weit weniger als ein Prozent. Sollte die